So sieht der Sensor jetzt inzwischen bei mir aus. Ja und jetzt müssen wir das Ganze nur noch wetterfest verpacken. Und wenn wir mal auf die Karte wechseln, dann sehen wir auch, ist der Sensor jetzt im grünen Bereich. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder zum Thema Home Assistant und zwar bauen wir heute den Sensor für Luftdaten.info. Das Video zu Luftdaten.info ist ja schon ein paar Tage her, wo wir uns angesehen haben, wie man die Sensorwerte von Luftdaten.info in sein Home Assistant einbindet. Und da habe ich euch ja gefragt, ob ihr Lust habt, den passenden Sensor dazu auch mal nachzubauen. Ja und ihr habt in den Kommentaren reagiert und scheinbar sind doch einige unter euch, bei denen eben kein Sensor in der Nähe verfügbar ist und ihr somit auch keine passenden Werte von der Datenbank von Luftdaten.info abrufen könnt. Ihr habt mich also gebeten, diesen Sensor nochmal nachzubauen. Das machen wir jetzt auch in diesem Video. Zuerst schauen wir uns mal eben kurz an, was man dafür alles braucht. Ist ja nur eine Handvoll und dann kann es auch direkt losgehen. Ich packe mal eben kurz die Teile aus. Das hier ist der Luftdatensensor, also das Herzstück dieses Projektes. Das Bauteil nennt sich SDS011. Zu diesem Luftdatensensor gehört noch hier dieser USB-Adapter. Dann haben wir hier noch für Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit den BME280, das kleinste Bauteil des ganzen Projektes. und natürlich ein paar Jumper-Wires, um das Ganze gleich miteinander zu verbinden. Dann benötigt ihr noch hier solche PVC-Rohre. Hier kommt nachher der Sensor rein. Wir bauen das Ganze dann so rum zusammen. Hier in der Mitte liegt dann der Sensor, einfach um das Ganze witterungsbeständig zu machen. Die Luft kann aber von hier unten angesaugt werden, aber es kommt eben keine Feuchtigkeit an die Elektronik. Seht ihr aber alles gleich nochmal Schritt für Schritt. Da der Sensor eben oben in dem Rohr liegt, um das Ganze von unten ansaugen zu lassen, haben wir hier noch einen nicht transparenten PVC-Schlauch. Und das war es auch schon. Und insofern würde ich sagen, wir legen direkt los mit der Montage. Ja, wie schon gesagt, allzu viel gibt es in diesem Projekt gar nicht zu tun. Aber ein klein bisschen löten müssen wir trotzdem. Und zwar, das Ganze soll ja am Ende mit diesen Kabeln hier verbunden werden. Damit wir die aber überhaupt an den Sensor, also an den BME280, drankriegen, müssen wir hier jetzt erstmal die Beinchen überhaupt dran löten, damit wir nachher die Kabel dran stecken können. Und das machen wir jetzt als allererstes. So, und nachdem wir jetzt die Beinchen hier dran gelötet haben, können wir jetzt das Ganze zusammenstecken. Ich blende euch jetzt hier mal eben kurz einen Schaltplan ein, wie das Ganze zu verdrahten ist. Und da seht ihr, von der NoteMCU geht der D1 an den TX und der D2 an den RX vom SDS011. Und dann muss dieser nur noch mit Ground und 5 Volt verbunden werden. Und der BME wird mit D3 am SDA, D4 am SCL angeschlossen und wird mit 3,3 Volt und GND mit Strom versorgt. Ja, und genau das machen wir jetzt auch mal. Heißt, ich nehme jetzt mal Blau und Grün für TX und RX, Schwarz für Ground, einen freilassen und Rot für 5 Volt. Dann nehme ich mir mal den BME, die Anschlüsse vom BME sind hier auf der Seite, wo auch der Sensor sitzt, beschriftet. Die Pins habe ich also zur anderen Seite herausgeführt, dass der Sensor nachher auch nach vorne liegt. Am VIN nehmen wir mal ein weißes Kabel, am Ground wieder ein schwarzes, SCL nehmen wir ein gelbes und SDA nehmen wir lila. So, und jetzt können wir das Ganze an die Note anschließen. Hier haben wir 3,3 Volt und Ground. SCL geht an D4, SDA an D3. Die 5 Volt finden wir hier auf der gegenüberliegenden Seite. Dann haben wir hier nochmal Ground. So, und RX und TX, wie schon gesagt, an D1 und D2. So, und so sieht das Ganze dann jetzt erstmal aus. Und hier haben wir noch den Anschluss für unseren Schlauch. Den bringen wir jetzt auch noch eben an. Jetzt nehme ich mir mal eben noch ein paar Kabelbinder dazu. Ich merke gerade, diese Kabel sind etwas zu kurz, deshalb, ich tausche die mal eben kurz gegen längere aus. So, und jetzt fixieren wir einmal die vier Kabel mit einem Kabelbinder. Dadurch sorgen wir dafür, dass sich hier nicht ein einzelner Stecker losrappeln kann. Und jetzt müssen wir diesen Sensor noch hier an unserem Schlauch fixieren. Die Kabelbinderenden schneiden wir ab. So, und den Schlauch, den können wir jetzt auch auf Höhe des Sensors einfach abschneiden. Ja, damit sind wir mit der Montage eigentlich auch schon fast fertig. So sieht der Sensor jetzt inzwischen bei mir aus. Wir haben hier einmal die NodeMCU, dann haben wir hier verkabelt den SDS 0111 und den BME 280 am Ende vom Schlauch. Das Ganze ist hier so in etwa bündig. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze nur noch wetterfest verpacken. Und dafür haben wir ja hier diese 75 mm großen Rohre, also 75 mm Durchmesser. Und da passen diese Sensoren, oder genauer gesagt der SDS 0111 halt ziemlich genau hier oben in dieses erweiterte Stück. Heißt, wir nehmen jetzt hier den Sensor, schieben den einmal so in die große Öffnung. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Ihr seht, der Sensor ist bis ziemlich in die Ecke hinten reingerutscht. Die NodeMCU platzieren wir jetzt gleich auch noch da drin. Und hier unten, da seht ihr, kommt auch der Schlauch raus. Und hier neben sitzt auch direkt der Sensor. Das Ganze ist ziemlich bündig, sollte aber eben nicht aus dem Rohr rausgucken. Am besten habt ihr so, ich sag mal, ein Zentimeter nach oben der Luft, wenn mal ein Tropfen sich hier rumzieht oder so, dass der nicht direkt an die Elektronik kommt. Die Empfehlung von Luftdateninfo ist, hier diese Seite nachher noch mit einem Fliegennetz oder ähnlichem abzuspannen, dass eben keine Insekten reinkommen, aber die Luft trotzdem darin zirkulieren kann. Das machen wir zum Schluss auch noch. Kümmern wir uns jetzt aber erst mal hier noch um die NodeMCU. Und zwar drehe ich die jetzt so ein bisschen rum. Und zwar so, dass der USB-Anschluss in meine Richtung hier oben zeigt. Und versuche das Ganze jetzt mal eben noch hier oberhalb von dem Sensor zu platzieren. So, und damit ist auch die NodeMCU da oben drin. Ich kann den USB-Anschluss noch sehen und auch erreichen. Und dafür hole ich mir jetzt mal eben schnell noch ein USB-Kabel und schließe das schon mal an. Hier haben wir das USB-Kabel. Das habe ich jetzt an die NodeMCU angeschlossen. Nehmen wir jetzt das zweite Rohr, ziehe da das Kabel einmal durch und stecke das Ganze hier jetzt so zusammen. Ihr hört schon, da wackelt eigentlich jetzt schon nichts mehr. Der Sensor liegt immer noch hier am unteren Rohrrand, wird aber, wenn wir das Ganze jetzt gleich so außen montieren, durch das PVC-Rohr komplett witterungsgeschützt. Das heißt, hier kann Regen einprasseln, wie er möchte. Er kommt nicht an die Elektronik. Und wir haben hier jetzt ein langes USB-Kabel, welches wir entsprechend so verlegen können, dass der USB-Stecker nach Möglichkeit eben auch nicht im Regen liegt. Ja, und damit ist der Sensor fertig und eigentlich auch schon fast einsatzbereit. Was jetzt noch fehlt, ist die Software. Und dafür wechseln wir jetzt mal runter ins Büro. Ich schließe das Ganze an den PC an und zeige euch, was es da noch zu tun gibt. Ja, im Büro angekommen, seht ihr jetzt hier die Homepage von luftdaten.info und wir wechseln mal direkt in den Bereich Bauanleitung, Feinstaubsensor bauen. Hier seht ihr nochmal die Übersicht der benötigten Teile. Für alle, die an ihrem PC bisher noch keine ESPs geflasht haben, ihr braucht wahrscheinlich noch einen passenden Treiber für euer Betriebssystem. Auch diese findet ihr hier im Bereich Treiber und Firmware entsprechend verlinkt. Da müsst ihr einfach mal gucken, je nachdem welches Betriebssystem ihr nutzt. Ladet ihr einfach den Treiber runter, installiert das Ganze und dann kann es auch schon weitergehen. Und zwar brauchen wir jetzt das Firmware-Flashing-Tool. Dabei setzt luftdaten.info das R-Rohr-Flashing-Tool ein. Das ist auch hier verlinkt. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und dann seht ihr jetzt hier, sämtliche Versionen auch für die unterschiedlichen Betriebssysteme zur Verfügung gestellt. Ich wähle jetzt einfach mal R-Rohr-Firmware-Flasher 0.3.2 für Windows 64-Bit. So, der Download ist abgeschlossen und wir starten das Ganze direkt mal. Dann kommt jetzt hier die Warnmeldung von Windows. Ich klicke einfach auf weitere Informationen und bestätige hier unten, dass ich das Ganze ausführen möchte mit dem Button trotzdem ausführen. Hier seht ihr schon Board, kein Board gefunden. Das liegt einfach daran, dass ich das USB-Kabel noch nicht in den USB-Anschluss meines PCs gesteckt habe. Das hole ich aber jetzt sofort nach. So, und dann seht ihr auch, direkt wird das Board erkannt. USB Serial CH340 Ancom 3. Dann bietet er uns hier verschiedene Firmware-Versionen an. Ich wähle jetzt mal die Latest.de, also die deutsche Binary-Version und diese laden wir jetzt einfach mal hoch. So, das Hochladen ist abgeschlossen. Hier unten seht ihr auch nochmal beendet in 8,95 Sekunden und hier sehen wir auch schon mal unsere Chip-ID. Die müssen wir uns aber noch nicht merken, die können wir uns jetzt gleich aus dem Web-Interface holen. Und da wechseln wir jetzt auch direkt hin. Dafür schließe ich jetzt hier einmal den Flasher, ziehe einmal das USB-Kabel aus dem USB-Anschluss raus und schließe es danach wieder erneut an, einfach um den ESP einmal neu zu starten. Und jetzt öffnen wir mal unsere WLAN-Netzwerke. Denn hier sollte jetzt ein neues Funk-Netzwerk erscheinen. Und dann seht ihr auch schon das neue WLAN-ROR 3939317. Das ist unsere Sensor-ID. Und diesen Access-Point, der wird jetzt gerade von unserer Node-MCU bereitgestellt. Da rein verbinden wir mal. Hier seht ihr auch offen. Also es gibt kein Passwort da drauf. Also klicken wir mal auf Verbinden. So, nachdem ihr in das Funk-Netzwerk des ESPs verbunden habt, tragen wir jetzt mal hier oben in der Adresszeile des Browsers ein, 192.168.4.1. So, und dann kommt ihr automatisch auf die Web-Oberfläche eures neuen Feinstaubsensors. Hier oben seht ihr nochmal eure ID. Die brauchen wir nachher zur Registrierung. Zuerst müssen wir jetzt aber mal dafür sorgen, dass unser ESP in der Lage ist, in unser Funk-Netzwerk zu verbinden, welches mit dem Internet verbunden ist. Denn er soll seine Sensordaten ja nachher über das Internet an luftdaten.info übertragen können. Ihr seht hier schon, er zeigt hier die verfügbaren Netzwerke an. Wähle jetzt einfach mal mein WLAN aus und gebe hier das Passwort ein. Und dann sagen wir mal speichern und neu starten. So, jetzt sollte der Feinstaubsensor über euer eigenes WLAN zur Verfügung stehen. Heißt, er hat jetzt auch eine neue IP bekommen. Diese IP könnt ihr entweder eurem Router entnehmen oder ich nutze zum Beispiel dafür die App Fing. Und diese App hat mir jetzt angezeigt, dass der Sensor die neue IP mit .5, .88 am Ende erhalten hat. Und mit dieser neuen IP kommen wir auch direkt wieder in unser Webinterface. Wir sehen, das Ganze sieht jetzt ein bisschen anders aus, denn er ist jetzt ins WLAN verbunden und somit einsatzbereit. So, wenn wir jetzt hier mal auf den Punkt aktuelle Werte gehen, dann sehen wir jetzt hier noch 108 Sekunden bis zur ersten Messung. Er gibt dem Sensor also eine gewisse Initialisierungszeit, bevor die erste Messung stattfindet. Der SDS 011 ist hier an der Stelle auch korrekt, aber hier sehen wir jetzt noch DAT 22. Den haben wir ja gar nicht angeschlossen. Also gehen wir nochmal auf die Startseite, wechseln hier in den Punkt Konfiguration und wählen hier oben den Reiter Sensoren. Und hier seht ihr, können wir unsere Sensoren einzeln auswählen. Das heißt, wir nehmen den Haken bei DAT 22 raus und wählen stattdessen den BME 280. Und jetzt sagen wir speichern und neu starten. Der Sensor wird neu gestartet, das dauert einen kleinen Moment. Und so nach circa 10 Sekunden klicke ich jetzt einfach mal auf Zurück zur Startseite. Und jetzt warten wir einfach mal die 133 Sekunden hier noch ab. So, und hier seht ihr jetzt unsere ersten Messergebnisse. Das ist jetzt auch die Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben, denn alle fünf Sensoren liefern hier auch plausible Werte. Und insofern ist unser Feinstaubsensor hier erstmal fertig konfiguriert. Wechseln wir jetzt noch einmal zurück in die Anleitung. Jetzt scrolle ich hier mal ein bisschen runter, denn den ganzen Zusammenbau haben wir ja schon abgeschlossen. Die Konfiguration ist auch soweit erledigt. Kommen wir jetzt zum Punkt Registrierung. Dazu wechseln wir hier auf die Seite devices.sensor.community. Dort müssen wir einen neuen Sensor registrieren, das Formular ausfüllen und dann unsere Daten wie unsere Chip-ID, unsere E-Mail-Adresse, unsere Anschrift, einen internen Namen und diverse Umgebungswerte angeben. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich gehe mal auf die Registrierungsseite und dann sehen wir hier oben auch direkt Login. Ich registriere mich hier mit meiner E-Mail-Adresse, gebe ein Passwort ein und klicke auf Registrieren. Hier oben wird uns direkt die Registrierung bestätigt und gesagt, dass wir eine Bestätigungsanleitung per E-Mail erhalten haben. Diese E-Mail ist, wie ihr seht, kurz und knapp gehalten, einfach nur ein Willkommen und die Aufforderung mit Klick auf den Link unsere Registrierung zu bestätigen. Also ich bestätige meinen Account durch Klick auf den Link. Wir erhalten hier oben die Meldung, dass unsere E-Mail nun bestätigt wurde und können uns jetzt hier mit unseren Login-Daten anmelden. So und dann seht ihr hier eine Übersicht, meine Sensoren. Da wir uns gerade neu registriert haben, ist hier natürlich noch nichts aufgelistet. Also klicken wir direkt auf Neuen Sensor registrieren und hier müssen wir jetzt den numerischen Teil unseres Sensornamens eingeben, also unsere Sensor-ID. Diese finden wir hier oben in unserer Oberfläche von unserem Feinstaubsensor. Das heißt, das kopiere ich mir jetzt einfach mal hier raus. Füge das hier oben ein. Sensor-Board ESP8266 stimmt. Interner Sensorname. Nenne den Sensor jetzt einfach mal Hauseingang. Dann unsere Anschrift. Dann kann man hier noch auswählen, ob man die genaue Position veröffentlichen möchte oder eben nicht. Was Sie hier wissen möchten, ist einmal die Höhe des Sensors über dem Boden in Zentimeter, die Sensorposition relativ zur Straße und eine Kurzbeschreibung des Standortes. Als idealer Platz für den Sensor wird angegeben eine Höhe von 1,5 bis zu 3,5 Meter oberhalb der Straße und gut belüftet. Diese Möglichkeit habe ich direkt auf der Straßenseite nicht, aber im 90-Grad-Winkel zur Straße hin kann ich das Ganze zumindest dann anständig platzieren. Wäre dann ungefähr bei 350 Zentimeter. Es ist nicht zur Straße hin, es ist aber auch nicht die Hausrückseite. Insofern, ich würde mal einfach hier jetzt eine 7 eintragen. Kurze Beschreibung des Standortes lasse ich jetzt an der Stelle einfach erstmal frei. So und dann sehen wir hier Hardware-Konfiguration. Sensortyp SDS011 ist korrekt und der zweite Sensortyp, den stellen wir wieder um auf BME280. So und jetzt brauchen wir noch hier die Koordinaten. Hier haben wir aber die Möglichkeit, die eingegebene Adresse zu suchen. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Er ermittelt sofort die richtigen Längen und Breitengrade und wir sagen Einstellungen speichern. So und dann seht ihr, hat er unseren Sensor hier in unserer Übersicht eingetragen. Und wenn wir jetzt hier einmal auf Daten klicken, dann sehen wir auch die zuletzt übermittelten Werte von unseren Sensoren. Ja und somit seid ihr jetzt sicher, dass euer Sensor auch wirklich aktiv ist. Bis diese Daten hier auftauchen, das kann so zwei Minuten, vielleicht manchmal auch drei Minuten dauern. Eben bis euer Sensor das nächste Mal die Werte aktualisiert hat und diese eben auch übertragen hat. Also an der Stelle nicht direkt hektisch werden. Einfach erstmal zwei Minuten, drei Minuten abwarten. Danach die Seite nochmal aktualisieren. Dann sollten hier auf jeden Fall auch eure Sensorwerte auftauchen. Und ihr habt jetzt natürlich auch die Möglichkeit, euch diese auf der Karte anzeigen zu lassen. Das Ganze sieht jetzt hier natürlich erstmal höchst kritisch aus. Liegt aber einfach daran, dass der Sensor hier jetzt gerade bei mir im Büro misst. Ich würde sagen, ich platziere das Ganze einfach mal draußen. Und dann schauen wir mal, wie die Werte dann aussehen. So, wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, ist der Sensor jetzt außen am Bürofenster montiert. Und wenn wir uns jetzt mal die aktuellen Messwerte ansehen, sieht das auch schon viel besser aus. Wir erinnern uns, hier stand eben noch eine Zahl größer 500. Jetzt mit 3,45 klingt das Ganze schon viel besser. Und wenn wir mal auf die Karte wechseln, dann sehen wir auch, ist der Sensor jetzt im grünen Bereich. Wenn wir hier auf den Sensor draufklicken, kriegen wir ihn auch hier auf der rechten Seite wieder angezeigt. Können uns hier auch die History-Daten jetzt einblenden. Da er gerade erst aktiviert wurde, haben wir hier im 24-Stunden-Bereich natürlich noch keine Anzeige. Das ändert sich dann morgen. Wen das Ganze interessiert, der kann ja mal nach meiner Sensor-ID suchen. Wenn das Video online geht, sollten hier schon entsprechend Daten vorhanden sein. Aber ich denke, mehr gibt es an der Stelle nicht zu sagen. Der Sensor ist montiert. Der Sensor ist einsatzbereit, überträgt seine Daten jetzt kontinuierlich hier an diese Datenbank und ist somit auch für jeden nutzbar. Wie ihr den Sensor jetzt in Home Assistant einbinden könnt, das haben wir ja schon im letzten Video besprochen. Das Video verlinke ich euch auch nochmal oben in der Infobox. Aber ich denke, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ja, soviel zum Thema Luftdatensensor von luftdaten.info nachbauen, anmelden und in Home Assistant integrieren. Wobei das in Home Assistant integrieren haben wir ja in dem anderen Video. Findet ihr, wie gesagt, oben in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Solltet ihr doch noch irgendwelche Fragen haben, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten schaut gerne auch auf unserem Discord vorbei. Auch den verlinke ich hier nochmal. Ansonsten findet ihr diesen Link auch unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Wünsche haben, was ihr gerne mal in einem Video über das Thema Home Assistant sehen möchtet, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare oder gerne auch in die entsprechende Kategorie auf unserem Discord. Ansonsten hoffe ich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt direkt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!